Habe ich doch gesagt, Gutter, diese Erinnerungen handeln vom Krieg vor diesem Gegend. Sie müssen aus der Vergangenheit eines anderer Menschen kommen, so wie ich deine Erinnerungen sehen kann, aber dies hier gehört zu. Wer könnte? Ich kann es mir denken. Dieser Satz stellt extra Punkt, Punkt, Punkt und extra nochmal so ein Textfeld für gemacht, was? Kannst du das? Der General der Kaiho, der Anführer der Kaiho Armee. Der General der Kaiho? Ja mei, ich habe in der Vision hier gesteilt, aber auch in der Erfassenreihe, wie ich es dir erzählt habe. Das ergibt sich, immerhin bist du ein Aragami. Ich habe die Kühe. Du bist ein Wesen der Rache Aragami. Als ich das Verschwörungsritual durchgeführt habe, war ich ein Gefühl, danach jemanden, der uns zu erfolgen wird. Der Geist hat deinen Rift gehört. Du würdest an mich gebunden, aber du warst auch an jemand anderes gesteilt. Der General der Kaiho war der Mann, der uns im Krieg... ...Krieg die Verlöschung gebracht hat. Er hat mich zerstört und mein ganzes Volk. Er ist der Missilver. Das Ziel, die Erinnerung haben sich das eigentlich nicht noch angebunden. Er ist so bekloppt. Heißt das, mein Ziel ist es nicht, dich zu retten, sondern ihn zu töten? Ich glaube schon. Super geil. Super geil. Sie sind hier. Wir müssen verschwinden. Jetzt. Ja, die löst sich einfach auf, das finde ich so OP, ey. Geh. Hä, schweißer Bildschirm. D. Geil. 1275 Minuspunkte. Wir haben eine Schrift drauf. Ja. Nice. Deinen Feind von Oben kannst du so auch schnell... Wie soll das lesen, Alter? Leg einen Fall aus Schatten, indem du die Erschaffung von Schatten gedrückt hältst und den Kursor durch die Spielwelt bewegst. Juniko. Juniko, Juniko. Ach, auf einmal sind wir ja irgendwo hier draußen. Wer, warum, wer ist das da vorne? Adolf Hitler. Das ist auch der Filler da. Kim Jong-Un. Kim Jong. Bist du in Ordnung? Ist du in Ordnung? Das Traumbild der Erinnerung des Kairo-Generals. Sie liegt in meinem Kopf. Es ist eigentlich das Fall, dass wir das Wandgemälde gefunden haben. Schade, dass uns die... Ich will ein ernstes Gespräch führen. Kuroso, was denn? Kuroso, was ist das denn? Alagami, das Leben. Wow. Halbes Auge, halbe Licht. Boah, muss kaum auf Versuch. Ja, das ist ihr Vater oder was? Oder wie? Oder wo? Gehen wir um, Alter. Ach, Hikaru. Der letzte Hauptmann der Kairo. Oskar war der Passup. Ach du Scheiße. Da bin ich jetzt gespannt, wie die das machen. Vor allem, wenn wir schon gegen so eifere NPCs verlieren. Wie sollen wir denn gegen den gewinnen, Alter? Ja, das ist echt so. Das ist irgendwie totaler Bullshit. Hier bleiben. Schau mal, die können Bauch reden. Herr Hauptmann? Hier bleiben. Das ist nicht der erste Talisman, den sie geschwollen haben. Jetzt hätten wir noch in der Stadt übrig. Dorthin werden sich da in der Ringe jetzt aufmachen. Ich dachte, wir hätten uns um alle versprinkelnd gekümmert. Aber wenigstens eine ist noch da draußen und er... So, sie weiß genau, wo wir erfindlich sind. Oh, no, no, no. Och, komm, Alter. Ja, Herr Hauptmann. Meine Schnauze. Warum hat der hinten so einen komischen Kack hinten auf dem Rücken? Ich finde den Baden sehr schön. Ah, mein Herz. Schmerz nur. Hierbei. Schleiß ihm ein Hüff. Halt. Guck mal, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Um Gottes Willen, er ist. Wie verdientes Wahnsinns. Gleich mal checken, was wir alles haben. Ich glaube, drei. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch. Äh, 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 äh. Guten Abend. Was? Hier wurde... Ich habe die Schrifträder noch aufgesammelt. Geil. Ich habe gerade noch so die Schrifträder aufgesammelt. Der klebt oben wie ein nasse Sack. Nimm doch. Unter Forrest. Und, 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 und. Unter Forrest. Unter Forrest. Unter der, unter der, unter der, unter der, unter der, unter der. Kannst du nicht mehr richtig lesen, Alter. Wo schießt der denn hin? Komm, hol den da oben jetzt. Hä, WDF sind, Sebastian, sind alles Schrifträder gewesen da dran? Ja, das waren alle. Waren das drei Stück? Dann fehlt, dann fehlt mir noch eine, glaube ich, oder? Nee, ich habe alle, okay, gut. Ist doch so ein Alter. Öh. Was ist das? Kann das? Ist ihr Vater bestimmt. Och, pass auf, das ist ein neues Schwert. Das ist das Schwert von ihm wahrscheinlich. Nein. Wo rennen wir hin? Ich verstehe es doch immer noch nicht, aber gut. Noch eine Runde des Generals, was auch, äh, war auf der Flucht. Er schien sehr lange her zu sein. Der Mann mit der Augenklappe und dieses Schwert. Es gibt keinen Zweifel. Hier wird gerecht werden. Sie alle werden gerecht werden. Was? Ich bin immerhin ein rachversichtiger Geist. Stimmt. Was? Pass auf, Adolf Hitler. Nimm mal das Schwert, ey. Geht nicht. Was ist eigentlich mit dem Dolch, den wir haben? Ich habe eigentlich gemeint, dass wir... Boah, ist die chinesische Mauer dahin, Alter. Gib dir die mal da. Laufen wir geradeaus durch diese Brücke durch. Komm, mach mal. Mach's einfach mal. Du bist so ein Arschloch, Alter. Ich bin der Arschloch. Ja, bring doch mal los. Was fliegt da hinten? Ist das eine Bombe? Da hinten fliegt eine Essenz rum. Das heißt, das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Wenn jetzt noch Sachen hinzukommen. Wenn wir da reinlaufen, macht's Bumm. Dann probier's doch mal aus. Damit wir wissen, was passiert. Komm. Ich hab was gehört. Stell dir mal vor, das Spiel wird übersetzt auf Deutsch. Mit deutscher Synchro. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Ich konnte da nicht ausweisen. Das Spiel ist nur das. Das ist nur das. Daswann geradeaus. Ich probier's aus, okay? Und ne, nimmt der einfach nur die Kraft. Sehr lange Zeit. Mehr macht das nicht. ja er kommt rein oder wie er weiß ja stimmt eigentlich müssen wir mal hier bänden oder ja weil ich mich jetzt auch wenn ich jetzt auch mal sagen dass wir die Wendmanin vorne sonst wird sie noch nicht übelst aber schon voll aufgenommen ist er ist etwas reicher ist und für die nächsten drei Wochen Prozent ja wer hat sich die Kräfte zu überwachen wir machen es nicht mehr gerade in der Fall aktivieren zack und alle war und ließ das war ein mehr mit präfis besser hin und der Schärm